Ja, ich meine, es sind deutsche Meisterschaften, da kann man schon einiges erwarten. Wir werden dafür sorgen, dass es ein spannendes Rennen wird, ein schnelles Rennen wird. Es ist ein hochkarätiges Feld, es ist eine gute Drückerstrecke, da kann man einiges sehen morgen. Und dann mit dem Wind, das wird ein bisschen tricky werden, aber das machen wir schon. ! Und ich will dich because I'm here and I'll be nderdin Track with the virus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020